So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, aber ich bin mir nur noch nicht sicher, ob es genau funktioniert, aber hier steht ja in der Falle mindestens 10 Stockwerke ohne Schaden zu nehmen. Ich habe mir dafür einfach die Impulsgranate mitgeholt, bin hier einfach auf ein ganz normales Luftschiff gegangen, ich hoffe einfach, dass es jetzt funktioniert und ich darf nicht den Kleider öffnen. Achtung, zack, müssen 10 Stockwerke sein, oder? Und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Das Ganze geht natürlich im Baumodus auch, indem ihr euch einfach 10 mal hochbaut. So könnt ihr das Ganze natürlich auch machen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen damit und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns doch schon bei der nächsten Aufgabe. Ihr seht schon, ich habe hier totalen Struggle zur Zeit, was die Aufgaben betrifft. Also ich sage mal so, die Aufgaben sind die Woche ein bisschen anspruchsvoller, finde ich. Also man muss ein bisschen mehr nachdenken als sonst, aber ihr wisst ja, ihr könnt mich gerne unterstützen, indem ihr, wie gesagt, ein Like da lässt, gerne ein Abo da lassen und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann bei der nächsten Aufgabe und haut rein. Danke.